so servus leute jetzt ballistik ja ich habe mir gerade die klasse grenadier gekauft muss jetzt mal ausprobieren los geht's ich habe doch die ganze stoffing gemacht Bälle? Leck. Ah, Leck. Scheiße. Na, wenigstens eingekriegt. Ja. 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 Wie da alle Messer. Scheiße. Fuck. Okay, die Waffe ist kacke. Die ist nicht so toll. Bisschen unpräzise. Also im Gegensatz zu den anderen. Macht auch sehr wenig Schaden. Naja, warten wir's ab. Mal schauen. Also geht doch. Ja. 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 Scheiße, das Spiel ist gleich vorbei, so ein Kack. Schneller, ist der ja schon tot oder was? Naja, 4, 5 mit Grenadier. Schlecht. Nur dafür kann ich jetzt was freischalten, und zwar 4 extra Granaten, das ist sehr gut. Okay.